Hallöchen meine Freunde mein Name ist Tomageddon und Willkommen zurück zu Splatoon Oh jaaaah Gut ähm ich habe mich einfach mal zu einer Aufnahme jetzt entschieden Die wärt ihr bestimmt in 3 Stunden schon ungefähr sehen wegen Eigentlich wollte ich heute nur ein Part rausbringen Sprich das neue Projekt Mario Kart 8 Community Battle Aber dadurch das ich einfach extrem gute Laune habe Dachte ich mir komm wir können heute noch ein paar draus haben Gute Laune zu verbreiten Schadet niemals Und eigentlich wollte ich ja gestern schon Also gestern Abend ein Part aufnehmen Allerdings Wir haben so ein Schutzschild so gesehen Hatte ich ehrlich gesagt gestern Abend kein Bock mehr Es wohnt relativ spät Also von daher habe ich das Ganze schon gestern Abend gelassen Und deswegen nehme ich den Part jetzt einfach jetzt auf Und zwar habe ich ein bestimmtes Thema Mir gestern so überlegt Was man besprechen könnte Ein Thema was ich schon so ein bisschen im ersten Part Auf jeden Fall angesprochen hatte Und zwar generell die Individualität Der heutigen Schüler Komm her du Schieße her Mit seiner Titel hier Er rumschießt wie ein Kokonoshi Bitte Kokonoshi macht doch irgendwas Dankeschön Meine Fräsen Das Internet von anderen kann doch nicht so schlecht sein oder Oder ist jeder bei der Telekom Naja auf jeden Fall Das Thema was ich Geh doch weg man Ich habe eine höhere Reichweite Als wenn er mich bekommen hat Naja Thema Individualität Sprich generell Notenvergebung etc Und dazu habe ich einfach mal eine bestimmte These im letzten Part ausgestellt Und zwar diese These Dass Noten nichts Warum? Ich verstehe das nicht Ich habe doch eine höhere Reichweite Naja auf jeden Fall Das Noten Äh Junge Alter ich werde jetzt eine ganze Sippschaft durchnehmen Ganz ehrlich Dankeschön Und zwar das Noten Nichts über dich aussagen Und darüber wollte ich halt einfach mal so ein bisschen diskutieren Mit selber ein Beispiel etc Ist halt nur ein kleines Thema Weswegen ich das nicht in der Mario kann 80 Themenrunde Besprechen würde Sehr schön Und zwar Generell These Noten sagen nichts über dich aus Inwiefern stimmt das? Äh Meines Erachtens nach zu 100% Denn ich kenne einfach sehr viele Die im Endeffekt sagen Dass Schulnoten einiges über deine Intelligenz ausmachen Und viele Äh Kenne ich auch noch Die dann Sich total fühlen Toll fühlen Intelligent fühlen Wenn sie eine gute Note schreiben Aber Schule hat im Endeffekt Ich will nicht sagen Dass Studien das bewiesen haben Weil Studien meines Erachtens nach Viel Müll labern Wenn der Tag lang ist Wie zum Beispiel am 21.06 Weil das der längste Tag des Jahres ist Ähm Ist einfach so Wegen zum Beispiel Eine Studie hat berichtet Dass Schule im Endeffekt Nur die Äh Das Gedächtnis überprüft Was man aber auch nicht so Speziell in allen Dingen sagen könnte Weil Bleibt doch hier Meine Fresse ey Ähm Weil Schule doch In manchen Dingen Das logische Denken In irgendeiner Form Beantwortet Braucht Ähm Zum Beispiel Biologie Ist ein Fach Wo man in der Oberstufe Sehr viel logisch denken muss Das merkt man auch immer wieder mal Ähm In Bioklausuren Wegen Bioklausuren Bekommt man häufig mal Normale Gedächtnisfragen Beziehungsweise Gedächtnisabfrage Aufgaben Wo im Endeffekt Das Gedächtnis abgefragt wird Das sagt schon den Namen Aber den Namen habe ich mir gerade ausgedacht Aber du musst halt einiges lernen Für eine Bioklausur Aber dann besteht Im Endeffekt Der nächste Aufgabentypus darin Dass du mit deinem jetzigen Wissen So gesehen kombinierst Und sagen kannst Warum das in der Aufgabenstellung so ist Und das ist zum Beispiel Wieder was Logisches Denken in irgendeiner Form benötigt Mit jetzigem Wissen Aber generell kann man sagen Schule besteht eigentlich nur darin Aus auswendig lernen Und aus Abrufen der Informationen So Nächster Kampf Kurz auf Sandy geguckt Professionalität Pro wieder hier am Start Wegen Ich kann es immer nur so An eigenen Beispielen nennen Aber Wir gucken uns einfach mal Verschiedene Klausuren Aka auf Arbeiten an Und ich finde Die sind einfach immer Das perfekte Beispiel Dass man da einfach merkt Wie stark es einfach Aufs Gedächtnis Beziehungsweise darauf ankommt Ob man lernt Wegen Die Intelligenz wird ja eigentlich Kaum abgefragt in der Schule Normalerweise Wenn die Intelligenz In irgendeiner Form Abgefragt werden würde Wie zum Beispiel In vielen Klausuren Dann müsste man ja In der Theorie gar nicht lernen Weil Intelligenz etwas ist Was man Ja sich doch antrainieren kann Mit allgemeinem Wissen Und Intelligenz hat doch Einiges auf jeden Fall Zu tun mit Wissen Beziehungsweise Wissen sammeln Aber ich Wir gehen einfach mal Zu verschiedenen Klausuren Ich versuche mal Im Endeffekt Mit Inferno abzuschießen Das dürfte klappen Wir gucken uns Klausuren an Viele Klausuren Sind gleich aufgebaut Wie zum Beispiel In der Oberstufe Ist es so In Deutsch oder Englisch Klausuren Man hat immer wieder Die gleiche Struktur Also du musst immer wieder Dasselbe beachten Und immer wieder Dasselbe hinschreiben Und immer und immer wieder Um halt immer wieder Diese Punkte zu sammeln Und das ist ja auch Im Endeffekt Wieder ein Zeugnis dafür Dass man einfach Immer dasselbe machen muss Und dass du im Endeffekt Immer wieder dasselbe Lernen musst So Kleines Schutzschildchen Damit die hier nicht Rüberkommen können Schutzschild wurde Jetzt schon weggesnaggelt Komm her Ja sehr schön Oh Da hat er mich schön überrascht Das muss ich auf jeden Fall zugeben Ist ein Beispiel dafür Wenn ich mir zum Beispiel Meine Deutschklausuren angucke Meine erste Deutschklausur Muss ich zugeben War eine 4- War nicht sonderlich erfolgreich Aber jetzt bin ich halt schon Echt bei 3 plus angekommen Und das wird auch noch besser Weil zum Beispiel Deutscharbeiten Ein sehr schönes Beispiel Dafür sind Dass man eigentlich Im Endeffekt Nur auswendig lernen muss Beziehungsweise Die Struktur erkennen muss Und immer wieder Diese eine Sache Beantworten muss Und Beziehungsweise können muss Und das ist einfach Kein Indiz dafür Dass man intelligent sein muss Um gute Noten zu haben Es gibt auch so viele Die einfach Mit guten Noten Trotzdem kann man machen Weil gute Noten Meistens Ein Zeichen dafür sind Dass man sich Mühe gegeben hat Und dass man viel Zeit Investiert hat Das kann man auf jeden Fall Wie soll ich da herkommen oder? Das kann man auf jeden Fall So speziell sagen So einmal kurz Inferno rüber Und Ja Im Allgemeinen Ist Schule ja im Endeffekt Nur da um das Gedächtnis Zu testen Das hatten wir auf jeden Fall Schon mal diese These Das ist eigentlich schon Alles was ich in irgendeiner Form Sagen wollte Vor allem kommt es in der Schule In der Notengebung Auch sehr stark Auf die Lehrer an Was ich mal In der letzten Folge Kurz angesprochen hatte Es gibt einfach so viele Lehrer Die verschieden benoten Wenn alle Lehrer Gleich benoten würden Dann wäre das ja Einigermaßen in Ordnung Aber man kann es nicht leugnen Es kommt immer stark Auf den Lehrer an Was für eine Note Beziehungsweise Ja was für eine Note Man in diesem Unterrichtsfach hat Ähm Ich persönlich Hab jetzt in Physik Tatsächlich meine allerersten Sechs geschrieben Im Test Weil ich bei der Lehrerin Einfach Ja Erstmal keine Motivation Habe irgendwas zu machen So Die Namen haben wir noch bekommen Oder generell Auch kaum was verstehe Wiederum In Biologie Hab ich Eine Eins Obwohl Beides Naturwissenschaftsfecher sind Natürlich unterscheiden die sich Vor allem Biologie ist ja meistens Der menschliche Körper Wie auch generell Die Lehre der Lebewesen So gesehen Und Physik ist halt Eigentlich die Lehre Der Ähm Kräfte Glaube ich Ja Und da hast du natürlich Verschiedene Formeln Was du in Biologie Zumindest in den meisten Fällen Nicht hast Da sind auf jeden Fall Schon mal die Unterschiede Auf jeden Fall in Chemie Habe ich zum Beispiel auch Ähm Zwei bis drei Immer Und Das Physik und Chemie Unterscheidet sich Mit den Formeln her Nicht stark Wobei man in Physik Natürlich Viel mit Formeln Arbeiten muss Viel mit Formeln Herleiten muss Etc Da sind natürlich Schon Unterschiede da Ja Das sind schon mal so die Unterschiede die ich Persönlich so benennen kann Oder ich habe zum Beispiel Ähm Zehnte Klasse Mathe in der 1 Und das hat sie natürlich Jetzt auch runtergefahren Natürlich muss man sagen Das hängt auch vieles Ähm Damit zusammen Dass in der Oberstufe Natürlich das Niveau Etc Angehoben wird Das ist auf jeden Fall Klar Aber Natürlich gibt es auch Viele Fächer Lehrer Und etc Die Ähm Sehr komisch Beher Habe ich ja auch erwähnt Chemielehrerin bei mir Ist so gepolt Dass man Egal was man macht Wirklich Ich melde mich nicht Besonderlich oft Aber habe trotzdem Eine gute Note In diesem Fach Na gut Das liegt auch meistens In den Antworten Wegen In der Oberstufe Ist es so Dass nicht danach bewertet wird Wie oft du dich meldest Sondern Ähm Was für Antworten Du gibst Also da wird echt Auf die Antworten Guckt Du kannst dich zum Beispiel Weniger melden Aber wenn du Grandiose Antworten gibst Hast du zum Beispiel Die gleiche Note Wie irgendwer Der sich häufig meldet Aber halt Nicht so gute Sachen Sagen Das ist so Ähm Deswegen Das ist auf jeden Fall Schon mal ein Vorteil Der Oberstufe Ähm Weswegen da natürlich Mehr Niveau ist Aber ich habe es auch In der Unterstufe gemerkt Dass Not nichts Über dich aussagen Wegen Ich hatte zum Beispiel Äh Mein Lehrer Das war Politik- und Geschichtslehrer Bei euch Das war einfach so Zum Beispiel Bei der Notenvergabe Abschlusszeugnis Da hat er mir so gesagt Ja David Du bist auch Schweingeschichte Ich sag mir so Okay Ist in Ordnung Aber warum keine Eins Er guckt mich dann so an Hast recht Ich gebe dir eine Eins Dann denke ich mir natürlich Was hat denn das jetzt Überhaupt Mit der Leistung Etc zu tun Wenn man so leicht Einfach Lehrer Überreden kann Deswegen Notenvergabe Deutsches Schulsystem Hat so große Lücken Beziehungsweise Fehler Und es kommt so stark Immer wieder mal Auf die Lehrer Beziehungsweise Auf die verschiedenen Persönlichkeiten An der Schule Deswegen kann man einfach Sagen Noten sagen Nichts über deine Persönlichkeit Oder über Nennen Intelligenz Trauen sie sich Überhaupt nichts zu sagen Oder so Und das ist natürlich Auch später für die Arbeit Total Suboptimal Weil man im Endeffekt Auch in der Arbeit Viel reden muss Natürlich kommt es Auf den Beruf Aber du musst ihn Natürlich in irgendeiner Form auch durchsetzen können Du musst Charakter zeigen Das ergibt doch Sinn Aber bei manchen Ist das kaum zu sehen Bei diesen Schülern Die wirklich absolut Gute Noten haben Weswegen man wiederum Sagen kann Okay der hat gute Noten Der müsste doch eigentlich In allem gut sein Was überhaupt nicht stimmt Vor allem ist es auch meistens so Jetzt in der Einführungsphase In der elften Klasse Bei uns Die Einführungsphase Müsst ihr wissen Zählt für nichts Viele machen sich Da echt im Kopf drum Aber wenn man Das Abitur durchmacht Ist die Einführungsphase So egal wie die Volksbank Ungefähr Sie spielt einfach keine Rolle Hat keine Relevanz Und deswegen kann man Eigentlich noch Gechillt dort sein Man muss natürlich Unterricht mitmachen Aber sie zum Beispiel Für Klausuren etc Abzuackern Ist einfach in der elften Klasse Noch relativ unnütz Zumindest kommt drauf an Ob man G8 oder G9 hat Bei G8 ist die elfte Klasse Natürlich mittels Abitur hinein Da sollte man sich anstrengen Auf jeden Fall Bei mir wird erst Die zwölfte Klasse Sehr relevant Beziehungsweise wichtig sein Deswegen Habe ich in der elften Klasse Noch häufig die Eier baumeln lassen Aber es gibt zum Beispiel Welche die sich total Hineinreißen Und so gesehen Das Leben Beziehungsweise die Jugend So über wegschmeißen Jo Natürlich ist es nie schlecht Sich für die Schule anzustrengen Aber ich persönlich Sag es einfach mal so Noten Beziehungsweise Schule Ist einfach nicht alles im Leben Es ist sehr wichtig Sich dafür anzustrengen Ja Aber es gibt auch Grenzen Man sollte immer Was für die Schule tun Aber man sollte Dennoch immer Dinge machen Die man gerne macht Vor allem kommt Heute die Tage Nicht mehr so stark Auf die Noten an Meines Erachtens nach Man muss es einfach nur schaffen Ein einigermaßen Überzeugendes Zeugnis zu haben Also mein Ziel fürs Abitur Ist zum Beispiel Ein 2-2er-Schnitt Ungefähr Das reicht mir Absolut Mehr ist so unnütz Für mich einfach Wegen dann Zum Beispiel Ich will ja bei der Sparkasse Später arbeiten Das dürfte vielleicht Der eine oder andere Mitbekommen Haben wir auf diesem Kanal Wird man natürlich Zum Vorstellungsgespräch Eingeladen Ich denke mal schon Und dann kann man Beim Vorstellungsgespräch Natürlich Wirklich überzeugen Damals in der 9. Klasse Hatte ich ja ein Praktikum Bei der Sparkasse Und da hat er mir auch gesagt Er hat schon viele gehabt Also der Chef der Sparkasse Ein absolut geiles Zeugnis hatten Aber beim Vorstellungsgespräch Überhaupt nicht überzeugt hatten Aufgrund von Nervösität ist normal Aber weil Sie charakterlich auch irgendwie Keine Präsenz gezeigt haben Nichts besonderes waren Irgendwie Weiß ich nicht Ja Nicht überzeugend waren Das wurde mir halt gesagt Und da meinte er so Ähm Dass Es sogar häufig vorkommt Dass man tatsächlich Welche mit einem schlechteren Zeugnis einlädt Und dann guckt Wie die Charakterlich draus sind Weil es halt echt Nicht aufs Zeugnis ankommt Vor allem Abitur Heutzutage wird ja auch Immer weniger wert Weil Einfach jeder Abitur machen kann Miguel Pablo macht Abitur Guckt's euch an Uh Punchline Ein Beefen Coming Und das ist auch einfach so Also das kann ich echt nur Jeden einzelnen Tag bestätigen In Die Vielen Situationen einfach Ah da hat er sich durchgesneakt Da hat er mich leider mitbekommen Okay mit meiner Waffe Sollte man auf gar keinen Fall Ähm In der Nähe kämpfen Da sollte man auf jeden Fall aufpassen Naja Freunde Ich glaube ich hab das meiste so Hier beredet Manchmal kann man natürlich auch Themenparks hier machen Vor allem wenn es halt ein bisschen Rangkampf ist Also von daher Optimal Freunde Ja ich hoffe euch hat der Part Einigermaßen gefallen Vor allem das Thema Eure Meinung dazu Wie immer gerne unten in die Kommentare Ähm Boah Da können hier alle rumlegen Ey Das ist absolut ekelhaft Ja komm doch Da werde ich wohl eingekesselt Wie ein Kessel von der Hexe Wir müssen noch ein bisschen In der Mitte einfärben Sehr schön Den haben wir noch mitbekommen Kurz den Timferno abschießen Und noch ein paar Punkte zu snaggeln So Und kommen wir auch noch Erfolgreich abschießen Das sieht doch einigermaßen gut aus Vor allem am Ende Sollten wir glaube ich noch Oh Nasenjuck ganz hart Noch einiges eventuell Rausholen können So die höhere Range Der Waffe Gibt uns auf jeden Das ich ihn noch mitbekommen habe Ne Eikaramba Jetzt mache ich aber einen Auf Terminator Ich hole den Sieg für unser Team Sieg 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 Da noch ein bisschen einfärben Alter was haben die denn hier getrieben Ja Das sah auf jeden Fall Sehr erfolgreich aus hier Ich glaube das war der nächste Sieg Naja Freunde Wie gesagt Eure Meinung zu diesem Thema Gerne unten In die Beschreibung hinein In die Kommentare In die Kommentare natürlich hinein Und ich seh dich In der nächsten Folge Bye bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.